Hi, hier ist Sven mit Eggraiser 2. Wir sind bei Stormrook und dort müssen wir den König ausfindig machen, der die Leute in Leon immer noch hohe Steuern zahlen lässt. Und wir werden jetzt herausfinden, was mit ihm los ist. Gut. Los geht's. Okay, im Video hört sich das bestimmt komisch an, wenn ich solche komischen Geräusche mache. Willkommen in Stormrook auf jeden Fall. Im Hintergrund seht ihr den schönen Vollmond. Tolle Wolken und so eine schöne Waldlandschaft. Sehr malerisch. Und die Burg sieht auch nicht schlecht aus. Schön vergoldet. Und unsere Freunde, die Einhörigen Dämonen. Gehörnte Dämonen sind das, denke ich mal. Jo, die Felsen und die Trümmer kann man mit dem Schild abwehren. Hä? Zum Kotzen, man will ja nur ein Save-Same machen und plötzlich ruft er das ganze Menü auf. Das hatte ich jetzt schon so oft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das würde ich mal gerne herausfinden. Stirb! Das Mana brauche ich eigentlich gar nicht so dringend. Kann ich auch erst beim Zwischenboss aufbrauchen oder bei den normalen Gegnern. weil den Boss habe ich ja schon besiegt. Also Nimm das Feuer der Göttlichkeit. Gibt dich geschlagen, Monsterschlange! Bam! In your face! Oder in deinem Auge, wie auch immer. Weiter geht's! Ah, hier ist so schön alles voller Gold und... So ein Goldglitz in der Luft ist herrlich. Und ja, diese Typen hier, diese gehörenden Panzerstreiter ignoriere ich, weil... denen ist es nur schwer beizukommen. Da möchte ich mich nicht drauf einlassen. Stirb! Oh, shit! Gut, da konnte ich... Ha! Da konnte... Ha! Nein! So! Boah! Krampf! Wie gesagt, da konnte ich gerade schlecht ausweichen in der Situation. Guck, die lassen sich kaum treffen, die Wichsviecher. Also... Also sterben wir hier. Nein, also ignorieren wir sie eigentlich. Gut, ich habe den Steak geloadet. Keine Lust, bis hier nochmal zu spielen. Du... Assi! Ach, stirb! Was hast du verdient? Musste einfach sein. Oh, ich bin so doof! Oh, heul! Ah! Nein! Was mache ich da eigentlich? Wow! Geil! Spießt mich auf, Stacheln! Heute servieren wir ihnen Gott am Spieß! Oh, Fick dich ins Knie! So, jetzt habe ich gelernt. Safe State. Hier will ich jetzt nicht nochmal scheitern. Mir reicht's. Hab das Schnauze voll. Scheiß Totenschädel. Boah, ich kriege zu viele Treffer hier. Ich muss hier gleich mal sterben. Oh, ho, 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 ich hab's vorausgesagt. Oh, Mann. Ja. Wow. Also, als ich das hier ursprünglich aufgenommen hatte, habe ich hier nicht so hart gefällt. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Ich will diese dumme Stage einfach nur noch schnell durchspielen und... Deswegen versage ich hier gerade so mega. Weil ich hier nicht hundertprozentig konzentriert bin. Los, beeil dich! Ich muss ihn auch bis zum Endboss schaffen, immerhin. Oh! Verdammt! Noch einer von denen. Ach! Noch ein Zwischenboss. Stormlook hat zwei Zwischenbosse. Ich glaube, Stormlook ist auch... Äh... Wow, alles mit seinem Schild abgewehrt. Wow! Das war dumm. Stormlook ist, glaube ich, auch die längste Stage von allen. Ne, Tower of Souls ist länger. Wow, das hat's auch nicht gebracht, so wirklich. Und das hat ihm auch keine Schaden zugefügt. Ich sollte mich beeilen. Ich will das ja noch in einem Video kriegen. Oh, ho, ho, ho. Oh, ja, momentan ist es scheiße. Ich hab nur noch einen halben Lebenspunkt. Einen Treffer und ich bin tot. Oh, rewind. Oh, ich hasse diesen Boss. Oh, ich hasse diesen Boss. Ich hasse den. Der währt alles mit seinem scheiß Schild ab. Mann! Komm nicht drauf... Ich komm nicht drauf klar auf diese Kacke hier. Ach, ganz ruhig. Ich kann es schaffen. Zur Not mach ich halt zwei Videos hier raus. Na und? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen jetzt. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich hab jetzt kein Mana mehr. Na, ich muss es so schaffen irgendwie. Wieso wärst du alles mit deinem Dreckschild ab, ey? Wie soll man den da Treffer zufügen können? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Dieser Zwischenboss ist viel schwieriger als die ganz normalen Bosse. Das kann gar nicht sein eigentlich. Oh, komm, noch ein Treffer. Oh, Mann! Oh, Gott sei Dank! Wow! Shit! Oh, nee, ey! Was für eine verfickte Scheiße war das eben? Ja, töte mich von mir aus. Hauptsache, ich starte hier wieder. Ja. Oh, Gott. Piss dich. Boah, ich bin... ... einfach nur noch total entnervt gerade. Ach, die Stacheln töten mich. Da muss ich wohl rewinden. Kommt, Leute. Ach, ich muss hier aufhören, also... Ich mach's Dornmuck im nächsten Video zu Ende. Bis dann.